BAM 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 Capital One Cup gegen Manchester United Ja, willkommen Zum Viertelfinale Eventuell hinspielt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall des Capital One Cups Durchatmen Müssten die Atmosphäre in sich aufsaugen, deswegen war ich auch kurz ruhig Und los geht es, das letzte Spiel Vor diesem, äh, vor diesem Pokal Viertelfinale War ja das Northamptoner Spiel Gegen Liverpool und das Also ich hab's letztes Mal schon gesagt Man hat sich als Northampton keinen Gefallen damit getan So spät den Ausgleich zu kassieren Und danach, ja und danach so unglaublich nervös Und unfähig zu sein Ja, dann nicht mal noch eine Chance rauszuspielen Also man hat die Chancen auf eine Chance Aber man hat diese Chance auf eine Chance nicht genutzt Das ist paradox, aber es ist so Wie die Vorform von Wien genau, ist so, ja Aber man kann es halt einfach nicht abschreiten Ja, es ist natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen, was da verloren geht, wenn man Ein Spiel so lange eigentlich fest in der Hand hat Mehr oder weniger fest, also Ne, und dann Und dann völlig unnötig Aus dem Nichts so ein Ding kassiert Das können die Großen halt, ja, Erfahrung ausspielen Ja, abwarten, den richtigen Moment Eine Chance und dann ist hier Ende Gelände Schicht im Schacht Das hat Northampton halt Also vielleicht haben sie es kommen sehen Aber sie haben halt Nicht gezeigt, dass sie wirklich reagieren da drauf Und Ja, das heutige Spiel Da könnte es natürlich genau, genau einen Effekt haben Oh Loni, warum bist du noch ein Abseits Ja, schau doch nicht so schwul, meine Güte Hm, naja Und wo war ich gerade? Achso, ja, ob das aufs heutige Spiel einen Einfluss hat Ich glaube schon, denn Menuh hat bisher Den besseren Start erwischt So ehrlich muss man sein Aber Loni Aus dem Nichts Und das kann Loni nämlich auch Aus dem Nichts einfach da sind Und schießt drauf Und es stellt 1-0 Ja Vingo Camingo, oder was? So sieht es nämlich aus, Mutterficker Ein Fehler Loni ist da schön Den Ball mit einer Drehung Mit Effet Ins Tor 14 Minuten Und im Spiel gerade war es auch so Und naja, wir wissen ja alle Was nach 85 Minuten dann Bei Liverpool passiert ist Nachdem sie, ich glaube damals Oder was heißt damals Bei dem Spiel waren es glaube ich 12 Minuten Die Jedrow gebraucht hat Oh Donovan Ja, was ist hier denn los? Oh Donovan, was denn? Und das ist Ich würde jetzt froh sein Dass überhaupt so eine Chance rauskam Ich bin es aber nicht Denn Northamn hat ja auch im letzten Spiel Die ganzen Chancen haben sie nicht genutzt Und haben Antiquittung dafür bekommen Also Northamn hat dann so viele gute Chancen rausgespielt Bevor das 1-1 gefallen ist Sie haben sie aber nicht genutzt Und das war das Problem Und deswegen ist es auch 1-1 ausgegangen Und deswegen hat dieser Gegentreffer So viel ausgemacht Das muss heute unterbunden werden Jedrow Jedrow Lupfer Weltklasse Endpunkt Jedrow Hat sich in Northamn eingefunden Und jetzt auch Beim Torerfolg Können wir es bitte nochmal sehen Das war ja unglaublich Schön Da war ein Gefühl drin Ohne Ende Und es steht schnell 2-0 Klar Manu kann immer noch Auf ganz komische Art und Weise Zwei Tore schießen Zu später Zeit Aber Zwei Tore ist halt dann doch schwerer als eins Das kommt auch immer aufs Spiel an Das kann man auch nicht so pauschal sagen Das gebe ich zu Ich halte mich mal mit meinen Prognosen zurück Und bin einfach gespannt Was jetzt passiert Denn Manu hat es genauso wie Liverpool erwischt Spending wird jetzt ein bisschen brauchen Um es zu verarbeiten Eventuell Zumindest war es ja bei Liverpool so Und Loni Wird wieder geschickt Diesmal wird aber gut abgefangen Also Verteidigungsleistung In dieser Situation sehr gut Auch sehr wichtig Also das 3-0 wäre hier natürlich der Todesstoß Das ist ganz klar Interessant bei Liverpool auch Northamns Verteidigungsleistung am Anfang super Ja Markenlos Und hier genauso Wäre schön wenn man das beibehalten könnte Emerton Emerton startet schön nach vorne Könnte Loni schicken auf außen Ah und der Ball vielleicht etwas weit mit Nein Nein da kommt Loni nicht ran Schade Und Ball zurück Loni Büttner Loni versucht ranzugehen Die Grätschen natürlich Zeug von Einsatz Und das ist heute natürlich Beziehungsweise eigentlich immer Ein wichtiger Faktor Einsatz zu zeigen Das macht es natürlich Immer Mal mehr mal weniger Einfach Spiele zu gewinnen Wer motiviert ist Einsatz zeigt Engagement zeigt Aber da erzähle ich ja auch Nichts Neues Loni über die Außen Flanke kommt rein Und Donovan erstmal nicht Aber Tozer Auf Jedrow Ach schade Das war jetzt ein bisschen Pech Aber da standen wirklich Zwei Gegenspieler ganz nah Bei ihm schwer Da wirklich rauszufinden Aus dieser Situation Und Donovan Loni Wieder gut Gut verteidigt Tozer Loni ab nach vorne Und Donovan Ja wenn keiner mitgeht Ist halt scheiße Wieder so ein schöner Anfang Wieder schwingt die Angst mit Dass Northampton sich am Ende blöd anstellt Oder muss er nicht mal am Ende sein Muss er generell nur eine Phase des Spiels sein Mandy braucht im Notfall Zehn Minuten Und dann ist hier Ende Ja Ich sag schon wieder Ende Ich sag immer Ende Gelände heute Ist nicht schön Doch in zehn Minuten Dann reißen die das Ruder rum Da steht es halt im Notfall 2-2 2-3 Wie Chelsea es auch gemacht hat Chelsea hat auch in sehr kurzer Zeit Das Spiel an sich genommen So brutal muss man das formulieren Und dann Haben die eben drei Tore geschossen Mit dem Elfmeter Den sie hatten Hätten sie sogar viel machen können Oh Donovan Hätten sie sogar viel machen können Haben sie nicht Und das war das Glück Der Northamptoner damals Und da merkt man schon Es war Glück Es hatte nur bedingt mit Können zu tun Von Northampton Oh jojo Da wurde Da wurde hier Das war ja brutal Kann man auch mal Sowas wie ein Elfmeter pfeifen Außerhalb des Strafraums Elfmeter bitte Ja es war ein Spaß Wir haben es auch alle gemerkt Außer vielleicht ich selber Man weiß es nicht Toza Das Ding ist Camona Camona und Toza Will jetzt sowas ähnliches Wie einen Seitenwechsel machen Und Jedrow Artistisch akrobatisch Schön Und Einwurf Die Halbzeit drückt immer mehr Also Manu wird vor der Halbzeit Nicht mehr groß Oder nicht mehr Nicht mehr viele ausrichten können Wahrscheinlich Northampton spielt jetzt auch So ein bisschen auf Zeit Mit diesem Wurf hinter Ganz klar Loni Kriegt nochmal die Chance Und er haut drauf Und das war ein guter Versuch O Donovan Toza Toza Schön Pünktlich zur Halbzeit War mal einen rausgehauen Und das hinterlässt Oder es wird Spuren beim Manu hinterlassen In Halbzeit 2 Da bin ich mir ziemlich sicher Also Ich möchte nicht in der Haut Der heutigen Gäste stecken Übrigens was mir aufgefallen Ist die normalen Capital One Cup Spiele Ammerton Ammerton Schickt Ah schade nicht Loni Die normalen Capital One Cup Spieler Als Northampton noch nie der Klassiker war Ging es immer gegen Burken Und jetzt Liverpool Manu und was weiß ich wer noch Also Der Picoder hat es aber glaube ich Schon mal gesagt Dass der Capital One Cup Sich in so eine schwache Und so eine starke Hälfte aufteilt Und Northampton war bisher immer In der schwachen Weil sie eben unterklassig waren Und dann Jetzt in die Höi, Höi, Höi Und jetzt in der Durch Liga 1 In der starken Hälfte sind Und dann eben auch Bombige Gegner bekommen Aber wenn das stimmt Was der Picoder gesagt hat Und das bestätigt sich hier Experimentell Dann Ne Könnte das genau das sein Loni Erstmal 20 Meter Aber gut gesehen Die Verteidigung wäre da sonst da gewesen Gut man hätte Eine Finter an ihm vorbeimachen können Aber das ist jemand von hinten angerauscht Also Das war schwer Das war wirklich Schwer einzuschätzen Bei einem 2-0 Umso vertretbarer Diese Entscheidung Drauf zu hauen Jedrow Verliertes Kopfballduell Aber wieder Aufbauspiel Also Manu im Gegensatz zu Liverpool Findet so gar nicht rein O'Donovan Manu findet so gar nicht rein In dieses Spiel Und Liverpool hat Für 10 Minuten In Halbzeit Einsmal geschafft Aber Nicht mal das hat Manu Ja hinbekommen 2-0 ist auch anders Als 1-0 hinten zu liegen Naja Jedrow wieder ausgewechselt Ich verstehe es nicht Warum wird Jedrow immer ausgewechselt Zur Halbzeit Oder kurz danach Diegen kommt Ich meine Sie haben hier so ein Überangebot An heftigen Mittelfeldspielern Ich glaube ja nein Also bestimmt nicht so heftig Dass es sich lohnt Jedrow auszuwechseln Morris Loni Super gesehen Super schön die Lücke Ausgeguckt Muss man ja sagen Der Pass war sehr traurig Und jetzt können sie in die andere Richtung gehen Unaufmerksam Einmal Nein Willdosen ist da Willdosen ist da Läuft voll in den Gegenspieler rein Das ist passiert Lindegarten Da habe ich noch nie gehört Loni wird ausgewechselt 2-0 Okay Ja kann man machen Wenn es kein Rückspiel gibt Okay Wenn es ein Rückspiel gibt Naja dann so Kann man es irgendwo verstehen Aber Ich hätte es nicht gemacht Ne Aber Was ich gemacht hätte Und so Das wissen wir auch schon seit Bestimmt 150 Folgen Das hat ja nichts damit zu tun Was der Trainer möchte Das gibt Keinen Elfmeter Und da vorne ist jetzt jemand gestartet Aber Erstmal ohne Konsequenzen Weil der Ball nicht schnell genug nach vorne gespielt wird Donovan Mojo Versuchen sich beide jetzt als Sturmduo für die letzten 25 Minuten Und Gary Deegan Glück dass diese Gretsche nicht sitzt Und 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 Was Ich war so Ob Ob Ich war gerade im Melodie Flow Dins To me Leid Ich kann diesen Namen Ich weiß immer noch nicht wie ich den aussprechen soll Das kostet mich an Wo ist eigentlich an Yor Meine Nummer 23 An Yor Ja gut der Pass war wirklich ein bisschen utopisch Mojo Aber Naja warum nicht Muss man sich auch mal gönnen Ganz bewusst Donovan Mojo Alleine vorne Und Mojo Schießt den Ball nicht rein Wird er in letzter Sekunde Aber auch wirklich in Letzter Sekunde Und auf den letzten Millimetern Abgefangen Und somit der Brandgefährlichen Schuss 16 Meter alleine vom Tor Vereitelt Also nicht ganz allein Ich meine war nur ein Torwart Aber Ihr wisst ja was es heißt Und ihr wisst ja Das Hilfe 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 Genau sowas jetzt vielleicht nicht machen Baby BB bis bald Nein Hooper Für Donovan Jetzt haben wir also ich glaube wieder die Black Power im Sturm Hooper Mojo Die auch schon einige Male für kuriose Aktionen und kuriose Tore auch gesorgt hat Man darf also Gespannt sein Direkter Pass auf Mojo Wie gut es war weiß ich nicht Da hätte man vielleicht noch ein paar Schritte gehen können Aus Mojo Sicht Äh aus Dingens Sicht Aus Morris Sicht Weil Mojo Nicht frei war MM Da musste er erstmal auseinanderhalten können Morris Mojo Weißt du Beide fangen mit MO an Das geht Tozer Ab nach vorne Viel zu weit Viel zu weit Und Lindegaard lächelt einmal müde Und hat das Ding Wenn er jetzt Genau jetzt muss er weit weg schlagen Weil wenn Wenn sie noch was reißen wollen Die müssen jetzt Müssen jetzt anziehen Ja das ist ganz klar Carmona Carmona Erstmal schlecht verteidigt Und dann hat er es nicht besser gemacht Glück gehabt Auch wenn Lenkmit sich dann nochmal an den Schädel schießen lässt Kakava geht Von Persson kommt Nochmal den Schädel schießen lässt Der Ball ist im Aus Jetzt genau Jetzt 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 Lengmied Lengmied die Gurke Hätte ich Lengmied geschossen Oder gut Gut kurz gespielt Das war blind Nicht nachgedacht Und dann Selber schuld Wenn er jetzt reingegangen wäre Aber gut Dass ich schnell So schnell reagiert habe Oder dass Lengmied so schnell reagiert hat Je nachdem wie man sehen möchte Tozer Die Fans werden nochmal ein bisschen lauter Ja noch Fan weiß Hier Könnte wieder mal ein guter Sieg drin sein Und wenn das in der Liga So fortgeführt wird Dann sind da sehr sehr gute Chancen Ähm Nach Nach der Winterpause nicht abzusacken Diese Chancen braucht man natürlich auch Ganz klar Widowson Die Chancen braucht man natürlich auch Morris Mojo Mojo schön vorbeigelegt Mojo schön vorbeigelegt Technisch sehr gut Schnell weg Das kurze Eck genommen Der Keeper war natürlich da Ganz klar Und Na warum eigentlich nicht Mojo kann gleich reintreten Hooper ist da Black Power im Sturm Doppel 3-0 Black Power Black Mamba Junge Ganz ehrlich Ist halt wirklich so Das sage ich noch Black Power sticht zu Und dann tust du es einfach Menuh Hat War im Kopf Wahrscheinlich schon raus Hat gedacht 2-0 2 Minuten Es wird eigentlich Es wird faktisch nicht mehr machbar Klar so ein bisschen Hoffnung Schwingt immer mit Aber der Oberton ist halt Dass man da nichts mehr machen kann Und so ist es halt möglich Die wurde nach der Ecke Nicht gut verteidigt Das ist klar Eine Konsequenz Dieser Würde ich zumindest sagen Dieser Dieses Gedanken Dass das Spiel schon verloren ist Auch wenn Auch wenn unterbewusst Aber der Gedanke war Glaube ich Größtenteils da Und so passiert es halt 3-0 Hier ist Das Ding ist durch Ja Snedka kann sich nochmal Ein bisschen Spaß leisten Snedka kann auch nochmal Behindert sein Anstatt den Ball Wieder zu nehmen Na egal Beim 3-0 Ich weiß ganz ehrlich So ein 3-0 Ist einfach zu schön Um sich über Snedka Aufzuringen Deswegen mach ich es auch Gar nicht Man sieht aber auch Die Spieler alle Ausgebaut Also es hat Hat seine Kraft Oder hat Kraftreserven Gefordert Ganz klar Und wie das jetzt In Europa wird Das ist die ganz andere Frage Denn Braga Man ist gefordert Auf der Händler Seite Also ein 3-0 Exzellent Sieben Minuten Warte 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ja Sieben Minuten Der Doppelschlag Ganz wichtig Manu war von der Rolle Hat es dann Nur noch bedingt geschafft Vorzukommen Und das war natürlich Auch diesmal Glück Bei Northam Weil ein, zwei Chancen Von United Waren so gut Dass sie ein Tor verdient Gehabt hätten Jetzt mal abgesehen Von der spielerischen Leistung Von der ganzen Mannschaft Und Genau Das war Auch ein Stück weit Glücklicher Sieg Muss man ehrlich sein Gerne hat der Spieltermin Naja Sehr interessant Nein Ich wollte nicht speichern Ich wollte Y drücken Jetzt X Und löschen Dann Schauen wir Mal Northam Braga Oh es ist das Nachbarschaftsduell Heißt Jetzt müssen wir raushauen Ja Das ist ganz klar Northampton Muss Klöppeln Unentschieden Mindestens Also unentschieden Ist das absolute Minimum Ein Sieg wäre aber Eigentlich natürlich optimal Dann ist man sicher Hier durch Und Bis zum nächsten Mal Mein Name ist T.O Und ich will Vielen Dank fürs dabei sein